Was haben diese Streifen am Himmel zu bedeuten? Hat hier jemand den neuen Berliner Flughafen gesucht und nicht gefunden? Oder sollen diese Streifen uns sagen, wir werden alle vergiftet? Alle. Ja, sind das jetzt Chemtrails oder nicht? Da sprüht doch irgendjemand was in die Luft, das sieht man doch. Das ist doch kein Zufall, sowas. Das entsteht doch irgendwie. Ich sehe es doch hier auf der Erde, wo überall was reingespritzt wird, überall. Diese Streifen hier am Himmel, die kommen doch nicht von ungefähr. Das sind doch Zeichen. Da hat doch jemand was unterbrochen. Das will uns doch was sagen. Und wenn alles ganz schlimm kommt und die ganze Welt am Ende von solchen Fliegern überflogen wird, überall, wenn es überhaupt keinen Ausweg mehr gibt, auf der ganzen Welt nur noch die Streifen am Himmel zu sehen sind, dann, ja dann, ja weiß ich auch nicht so genau. Das sind ja die Leute, die glauben da fest daran, dass die Streifen am Himmel eben nicht Kondensstreifen von Flugzeugen sind, sondern, dass es sich dabei um eine riesengroße Verschwörung handelt, die uns entweder komplett alle verrückt machen soll oder uns alle umbringen soll oder aber das Klima ein für allemal verändern soll, dass da so große Erdingenieure daran sind, mit Hilfe dieser Flugzeuge genau das zu tun, was eben hier unten in unserer unmittelbaren Umgebung Flugzeuge tun, wenn sie über die Felder oder über die Weinreben fliegen und dort irgendwas wegsprühen. Chemtrails werden die genannt. Das Ganze ist eine Verschwörung. Es gibt eine riesige Verschwörung hinter allem. Und das ist nicht nur einfach so eine Verschwörung. Chemtrail ist nur eine Geschichte. Die ganzen Finanzkrisen, alles, irgendwelche Supermenschen sitzen irgendwo in irgendwelchen Hinterzimmern, und zwar großen Hinterzimmern. Es müssen nämlich einige sein. Und die entscheiden darüber, was in der Welt passiert. Klimawandel, Energiewende, Finanzkrisen, Kriege, alles. Es ist wie eine große Pyramide hier. Wir sind die ganz unten. Da unten, das sind wir. Dann kommen die Regierungen, die haben sowieso nichts zu sagen. Dann kommen da drüber die Banken, die Lobbyisten, die sagen, die Regierung schon muss lang gehen. Dann sagen die Banken, die Lobbyisten muss lang gehen. Dann gibt es die Zentralbanken, dann gibt es die Geheimorganisationen und über allem oben drüber die Gruppe derjenigen, die auch noch geheimer sind als die geheimsten Geheimorganisationen. Und die sagen dann, und die entscheiden darüber, wie die Welt werden wird. Was soll ich sagen? Man hat sich damit jetzt wissenschaftlich richtig auseinandergesetzt. Also heißt mit anderen Worten, es gibt eine wissenschaftliche Arbeit zu den Chemtrai. Hier habe ich es ja vor mir liegen. Mein Gott, ich bin schon ganz so durcheinander. Und die ist erschienen im Environmental Research Letter. Also, diese Arbeit ist eingereicht worden am 19. April 2016 und ist akzeptiert worden zur Publikation am 18. Juli 2016. Hier wurden 76 Experten gefragt, ob die Erscheinungen am Himmel was mit einer Verschwörung zu tun haben. Das nennt man übrigens Secret Large Scale Atmospheric Program, kurz SLAP. Also nochmal, Secret Large Scale Atmospheric Program. SLAP. Also, ob es SLAP gibt oder ob es nicht vielleicht einfach nur eine normale, mit Anführungsstrichen, natürliche Erklärung gibt. Und dann stellt man eben fest, die Erklärungen sind ganz einfach. Ob es dort oben Kondensstreifen von Flugzeugen gibt, hängt ab von A, der Feuchtesättigung. Also, ist die Luft voll mit Wasserdampf oder hat sie noch Platz? Also ist sie übersättigt? Dann breiten sich die Kondensationsstreifen weit aus, können bis zu einem Tag da oben den ganzen Himmel bedecken und sie untersättigt, dann sind zwei Drittel aller Kondensstreifen gleich wieder weg. Was soll ich Ihnen sagen? Also, man ist natürlich meistens untersättigt. Warum? Weil die Flugzeuge so hoch fliegen, dort ist es trocken und so weiter. Also, da ist noch Platz für den Wasserdampf. Dann zweitens die Höhe, das habe ich schon. Also, wir haben die Feuchtesättigung, die Höhe, dann die Außentemperatur. Also, da oben ist es ja kalt, aber dann kommt es auch an, mit welcher Temperatur denn diese Treibstoffüberreste abgestrahlt werden, also hinten rauskommen. Es gibt also auf die Temperatur, der Abgase an und die Temperatur drumherum. Dann kommt es an, welche Rußpartikel werden da rausgeschickt, denn um die Rußpartikel herum kristallisieren, kondensieren diese Wassermoleküle aus. Sind die Rußpartikel klein, sind sie groß, also ist die Verbrennung des Motors gut oder schlecht, was wiederum bedeutet, dass die Parameter auch von den einzelnen Triebwerken abhängig sind und so weiter. reicht meine eine Handschelle nicht mehr aus. Dann geht es also darum, wie kristallisiert an der Größe der Rußpartikel der Wasserdampf aus. Zweitens, die Dynamik vor Ort, also da, wo das Flugzeug fliegt, gibt es ja nicht nur das Flugzeug, sondern es gibt ja auch die Luft, die bewegt sich. Und zwar gibt es diese Luft, die kann sich bewegen durch Konvektionsströmung, von unten nach oben, also Auffinde. Die Luftbewegung hat aber auch was damit zu tun, wie sie beleuchtet wird, also ist die Sonne da oder nicht da, sind wir am Tag oder Nacht. Was haben wir noch? Und die globale Wetterlage und so weiter und so weiter. Also es gibt eine Unmenge von Parametern, die darüber entscheiden, was für ein Phänomen am Himmel entsteht. So. Das reicht aber den Chemtrail-Leuten nicht aus. Nee. Warum glaubt denn der Mensch, dass hinter den Ereignissen, die ihn umgeben, es irgendwelche aktiven Akteure geben muss? Und da bin ich auf Folgendes gestoßen, auf das Hyper-Agency-Detection. Das ist ein uraltes Muster, das in uns drin steckt. Das wir nämlich hinter allem, hinter allem planvolle Akteure vermuten. Und das hat gute Gründe, denn, ich zitiere, es ist evolutionär günstiger, viele Male einen Busch für einen lauernden Bären zu halten, als ein einziges Mal einen lauernden Bären für einen Busch. Einmal kann zu viel sein. Das heißt, wir sind immer drauf aus, dass um uns herum irgendwelche feindlichen, bösen Mächte uns bedrohen. Deswegen haben wir eine hohe Aufmerksamkeit darauf. Und damit können wir, jetzt kann das so ausgeprägt sein, denken Sie nur mal an die Dinger, die heißen in den Smileys. Nur ein paar Striche und zack, zack, zack. Und schon können wir erkennen, ob das freundlich ist, bösartig oder nicht. Also wir brauchen gar nicht viel. Dieses HAD, Hyperagency Detection, das ist in uns so tief drin, dass wir hinter allem was vermuten. Und deswegen ist eine einfache Verschwörung, reicht auch nicht aus. Es muss eine Hyperverschwörung sein, eine Verschwörungspyramide, wo eben dann am Ende oben die ganz, ganz, ganz großen, Superverschwörer zugange sind. Und die Chemtrail-Verschwörung ist praktisch nur so eine Otto-Normal-Verschwörung. Das ist noch nicht mal die Mutter aller Verschwörungen. Die Mutter aller Verschwörungen wäre, wenn wir selber sozusagen an der Verschwörung beteiligt sind, ohne dass wir es merken. Also, das Interessante ist nur, dass mit dieser Art und Weise, dass das Böse die Welt regiert, also die Superverschwörer sind ja das Böse gegen diejenigen, die hier unten sind, dass das Böse die Welt regiert und dass gegen dieses Böse eigentlich nur ein starker Anführer uns helfen kann. Und das Interessante ist, dass Populisten oft so argumentieren. Dann heißt es dann, die Medien böse, alles Verbrecher. Die Parteien, alles Verbrecher. Regierung, alles Verbrecher. Richter sind alle bedrohliche Verschwörer, gegen die man sich letztlich überhaupt nur so durchsetzen kann. Und dann kommt nämlich tatsächlich das Internet zum Tragen. Also ausgerechnet das Medium, was ich jetzt verwende, um das jetzt hier zu verteilen. Dieses Internet liefert die Möglichkeit, einer Linse, eines Brennglases, dass man nur noch das findet, was einen in seinen Vorurteilen bestätigt. Also Verschwörungsanhänger finden Verschwörungsanhänger. Praktisch wie so eine Art virtueller Kirche kann das Internet all die Anhänger einer Verschwörungstheorie zusammenführen und sie können dann jeden Tag ihre Verschwörungsgottesdienste halten. Es gibt überhaupt kein Vertrauen mehr in diesen Gruppen, in Rechtsstaat, in Qualitätsmedien, Schulmedizin und Wissenschaften. Nix. Das heißt, der Populismus auf der Welt, den wir politisch an vielen, vielen Stellen erleben, argumentiert so. Und der kann sich praktisch auch selber unverwundbar und unverletzlich machen, indem er sich immer und immer wieder sagt, die da draußen, das sind die Bösen, wir sind die Guten. Und ich zitiere aus einem Artikel, denn der Homo Sapiens mag inzwischen Computer und Smartphones benutzen und Rekordlebenserwartungen verzeichnen, doch seine zur Angst neigende Psyche wurzelt in den bedrohlicheren Lebensumständen der Steinzeit. Und mancher tauscht seinen wenig schillernden Alltag auch gerne gegen die prickelnde Fiktion einer Welt ein, in der er heldenhaft mit einer kleinen Gruppe Wissender die globale Superverschwörung aufdeckt und zerschlägt. Ja, und da muss man sich schon fragen, was das hier für Zeichen sind. Oder ist etwa der Bau des Berliner Flughafens auch nur eine Verschwörung? Und zerschlägt. Ja, und da muss man sich schon fragen, was das hier für Zeichen sind. Oder ist etwa der Bau des Berliner Flughafens auch nur eine Verschwörung? Was ist etwa der Bau des Berliner Flughafens und der Bau des Berliner Flughafens auch nur eine Verschwörung? Untertitelung des ZDF, 2020